Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir alle haben die Bilder aus Gelsenkirchen gesehen. Haben wir das alle? Dann schauen wir mal, wie vor- oder unvorengenommen die Frau von Storch das Geschehen wohl verfolgt hat. Ein muslimischer Mob hinter den Fahnen des islamischen Halbmondes lässt seinem Judenhass freien Lauf. Gut aufgepasst, Frau von Storch. Dass das ohne die Halbmuth-Fahnen jederzeit auch die Höcke-Jugend hätte sein können, lassen wir unter den Tisch fallen. Die Polizei tut nichts. Und schon die erste Lüge. Selbstverständlich hat die Polizei die Synagoge geschützt und die Demo aufgelöst. Und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch die Personalien derer festgestellt, die gegen einschlägige Gesetze bezüglich Antisemitismus verstießen. Zeitgleich legen Sie jetzt einen 40-Seiten-Bericht über Antisemitismus vor, in dem Sie Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit gleichsetzen. Das ist doch löblich, seien Sie, Frau von Storch, doch froh, dass der Bericht nicht auch noch Feindseligkeiten gegen Christen und Atheisten zum Gegenstand hat. Sie stellen die Juden auf dieselbe Stufe mit den muslimischen Judenhassern, die Opfer mit den Tätern. Ach, Hass gegen Juden, den es übrigens auch in den Reihen der AfD gibt, ist also böse, während Hass gegen Muslime gut ist? Ich dachte immer, Hass sei Hass, ganz ungeachtet dessen, wer da wen hasst. Das ist kein Kampf gegen Antisemitismus, das ist Antisemitismus. Wie kommt man auf derart abstruse Ideen? Ihre Islamkonferenz ist in Wahrheit eine Islamistenkonferenz. Das ist pauschaler Hass allen Muslimen gegenüber. Wo ist da der Unterschied zum Antisemitismus? Sie sind deren Handlanger und nützliche Idioten. Entschuldigung. Die nachgeschobene Entschuldigung für diese aus der Luft gegriffene, böswillige Unterstellung hilft da auch nichts. Sogar Regierungssprecher Seibert kam angesichts des entfesselten muslimischen Judenhasses jetzt eine Erkenntnis. Ich darf zitieren. In diesen Tagen wird uns klar, es gibt auch muslimischen Antisemitismus. Verstehe ich das jetzt richtig? Soll uns diese explizite Erwähnung muslimisch vermitteln, dass Judenhass, wie er in treudeutschen Botschaften, der Höcke-Jugend oder dem Flügel der AfD praktiziert wird, in Ordnung ist? Herzlichen Glückwunsch. Willkommen zurück in der Realität. Dem Mund, die eine Frau von Storch entfleucht, bekommt das Wort Realität ein leichtes Geschmäckle. Die Umfragen unter Juden zeigen, die täglichen Angriffe gegen Juden gehen an allererster Stelle weit überwiegend von Muslimen aus. Dann haben die von der AfD umgefragten Juden wohl die Kriminalstatistik nicht richtig gelesen. Von 2.217 Straftaten gegen Religionsgemeinschaften waren 70% gegen Juden, 25% gegen Muslime und 5% gegen Christen gerichtet. Die Straftäter waren zu 90% Rechtsextremisten. Überwiegend Muslime ist schlicht und ergreifend eine erstunkene und erlogene Behauptung der Frau von Storch. Juden können sich in Deutschland nicht mehr frei bewegen, sagt Regierungssprecher Seibert jetzt nach Gelsenkirchen. Ja, und die AfD hat dank ihres ausdauernden Hetzens einen nicht gerade unerheblichen Anteil an dieser Entwicklung. Und was funkt CSU-Mann Weber aus seinem Raumschiff in Brüssel? Da hat aber jemand reichlich wenig Interesse an einer sachlichen Diskussion. Er sieht die tobenden muslimischen Horden. Genau das ist es, was das politische Klima in Deutschland immer weiter verroht. Die unverblümte Hetze der AfD. Und sagt, die AfD ist schuld. Jeder weiß das. Sogar die Frau von Storch. Sie würde es nur niemals zugeben, da sie ihrer Partei sonst die Propagandamasche versauen würde, die bisher doch so super funktioniert hat. Na klar. Das ist Kampf gegen Rechts, der zur Wahnvorstellung geworden ist. Nö. Es ist der Kampf gegen Hass und Hetze. Der Frau von Storch und ihrer Hetzpartei nicht passt. Sie wollen einfach nicht wahrhaben, dass jetzt die Lunte hochgeht, die sie gelegt haben. Nö. Es ist eher so, dass eure Saat der Gewalt nicht in der Form aufgegangen ist, die ihr gerne hättet. Und euch langsam die Fälle davon schwimmen, wenn ihr nicht bald eine neue Sau findet, die ihr durchs Dorf treiben könnt. Mit ihrer Einwanderungspolitik haben sie Judenhass aus dem Nahen Osten nach Deutschland importiert. Warum diese Lügerei? Man muss nichts importieren, das bereits latent vorhanden ist. In der UN steht die Bundesregierung zuverlässig als treuer Partner immerzu an der Seite der islamischen Regime und stimmt gegen Israel. Die nächste Lüge. Kommen da noch irgendwann belegbare Fakten oder geht das bis zum bitteren Ende so weiter? Die Bundesregierung ist einer der Hauptgeldgeber für das palästinensische Flüchtlingshilfswerk UNVRA. Allein 2017 80 Millionen Euro für die Hamas-Infrastruktur und islamistische Propaganda. Eine weitere unverschämte Lüge. Sie linkt zur UN-RWA, ausgeschrieben das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten, in der Beschreibung. Sie dulden die Muslimbrüder, Graue Wölfe, BDS-Bewegung. Gibt es für irgendeine ihrer unglaubwürdigen Behauptungen auch nur einen einzigen qualifizierten Belegfrau von Storch? Und erst heute kommt die Meldung, dass drei Hisbollah-Vereine verboten worden sind. Die Hisbollah ist seit dem 19.12.2019 in der BRD verboten. Was soll diese Bemerkung am 19. Mai 2021 für einen Sinn ergeben? AfD wirkt. Ja, extrem toxisch für unsere Demokratie. Haben Sie vergessen zu erwähnen, Frau von Storch? Die BDS-Bewegung ist die Klammer zwischen linken und muslimischen Antisemitismus. Der Deutsche Bundestag verurteilte im Mai 2019 Boykottaufrufe gegen Israel und bewertete die BDS, ausgeschrieben Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen, als antisemitisch. Für was soll diese Bemerkung zwei Jahre später also gut sein? Diese gemeinsame Front richtet sich gegen Israel, Deutschland und den Westen. Und ist mit Sicherheit weit weniger gefährlich als die Umtriebe der AfD, des dritten Weges, der Identitären, der Reichsbürger oder der Schwerdenker. Sie reicht vom Iran bis zu den Grünen, von der Hisbollah bis zu Black Lives Matter und von der Hamas bis Fridays for Future. Womit das Feindbild der AfD dann abgedeckt wäre. Die Erklärung, welcher kausale Zusammenhang zwischen diesen zu Feinden erklärten Parteien, Gruppen und Bewegungen besteht, hätte mich schon interessiert. Er wird aber nie nachgereicht werden, da Frau von Storch ihn selbst nicht kennt. Es waren hauptsächlich neben PFLP. Nach Einschätzung des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist die PFLP in Deutschland bislang nicht nennenswert in Erscheinung getreten. Vertreter der BDS, die die gewalttätigen Judenhasser-Demos vom Wochenende deutschlandweit angemeldet haben. Da die BDS eine verbotene Organisation ist, kann sie gar keine Demonstrationen anmelden. Das haben wir heute Morgen im Innenausschuss gehört vom Innenministerium. Was zu bezweifeln ist, siehe letzter Kommentar. Während die Hamas Israel mit tausenden Raketen beschießt, ruft Fridays for Future ganz offen zum Boykott israelischer Produkte auf. Welche Fridays for Future? Die israelische? Gibt es dazu Quellen? Von der Spitze der Israel-Bakott-Bewegung ihrer aller Klima-Ikone Greta Thunberg. Die sich dafür einsetzt, dass palästinensische Anwesen in Händen der palästinensischen Familien verbleiben müssen, denen diese Anwesen teilweise schon seit Jahrhunderten gehören. Es ist furchtbar antisemitisch, sich gegen Landrauber auszusprechen, der eklatant gegen das Völkerrecht verstehst. Gut, dass die Maske jetzt fällt. Das kann ich nur unterstreichen. Spätestens jetzt wissen wir, dass die Frau von Storch sich offiziell für völkerrechtswidrigen Landraub stark macht, um sich politische Vorteile zu verschaffen. Mit ihren politisch korrekten Workshops und verlogenen Dialogveranstaltungen werden sie die Welle des muslimischen Judenhasses nicht stoppen. Mit Gewalt und Ausweisung deutscher Staatsbürger, viele der in der BRD lebenden Muslime sind hier geboren, wird das ebenso wenig funktionieren. Dabei ist klar, was jetzt geschehen muss. Verbot von BDS Geschehen im Mai 2019 Muslinbrühern und Grauen Wölfen Stehen unter Beobachtung des Verfassungsschutzes Stoppt der Auslandsfinanzierung von Moscheen Wenn, dann sollte das für alle religiösen Einrichtungen gelten. Die Islamkonferenz auflösen Irgendwie hat die Frau von Storch recht wenig Interesse, Konflikte friedlich zu lösen. Sie lässt lieber Schießbefehle ausgeben. Und die Zahlung an die UNVRA muss eingestellt werden. Blöde Idee. Ein Land sollte sich an seine vertraglichen Verpflichtungen halten. Zudem lässt die Forderung nach Einstellung humanitärer Hilfe Rückschlüsse auf die inhumane Einstellung dessen zu, der das fordert. Merkel sagt dazu, sie will die Angriffe nicht dulden. Sollte das nicht Frau Dr. Merkel heißen? Oder hat die AfD die Höflichkeit jetzt auch schon unter Altbräuche abgeheftet und in letzter Konsequenz abgeschafft? Seibert will sie nicht akzeptieren. Sollte das nicht Herr Seibert heißen? Schäuble findet es unerträglich. Sollte das nicht Herr Dr. Schäuble heißen? Machen Sie bitte endlich das deutsche Phrasenlexikon zu und tun Sie etwas. Schlag du lieber mal die Benimmregeln des Freiherrn von Knigge auf und informiere dich, welche Benimmregeln für Parlamentarier, Parlamentarierinnen und Parlamentneutrin bei öffentlichen Reden eingehalten werden sollten. Wenn Sie wollten, könnten Sie nicht. Das Problem ist, dass Sie nicht wollen. Laber-Rabarber. Mit sehr vielen Worten überhaupt nichts gesagt. Vielen Dank. Dafür, dass du uns jetzt länger als 4 Minuten mit unqualifizierten, frei erfundenen Behauptungen überschüttet hast, wäre da schon etwas mehr als ein simples vielen Dank nötig. Wie wäre es mit, ich entschuldige mich vielmals, Sie 4 Minuten lang mit Fake News überschüttet zu haben? Disclaimer. Wer unbedingt geldlos werden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wieder. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up!